Die Seele eines jeden Gebäudes besteht aus den persönlichen Vorstellungen seines Besitzers, die in die Planung und Errichtung mit einfließen. Das Bauunternehmen HB Höller GmbH in Pinsdorf sorgt mit seinem breit gefächerten Leistungskatalog dafür, dass ihr Haus ein unvergleichliches, originelles Charisma erhält. Klassische Baumeisterarbeiten wie die sorgfältige Konzeption und die komplette Baukoordination sind eine ebenso wichtige Komponente wie Zimmereiarbeiten, Holzkonstruktionen für Niedrigenergiehäuser und maßgeschneiderte Blockbohlenhäuser. Des Weiteren zeichnet sich das oberösterreichische Unternehmen durch seine Ziegelproduktion aus. Die moderne, werkseigene Produktionsstätte erzeugt hochwertige Beton-Hohlblocksteine und Betonträgerdecken, auf die sie garantiert bauen können. Setzen auch Sie vom Keller bis zum Dach auf die gewieften Profis von HB Höller für Ihren individuellen Wohntraum mit dem gewissen Etwas. Weitere Infos gibt's auf www.hb-höller.at www.hb-höller.at